Hier haben wir uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht und ein Gradmesser war unter anderem auch eine Sozialwahl, wo verschiedene Rententräger zur Wahl aufgerufen haben und mit der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, die ist auch Datenschutz-Grundverordnungskonform, sodass auch die Daten in jedem Fall nie Rückschlüsse auf die Person ziehen lassen. Und da sind wir safe, das ist auch ein anerkanntes System. Auch andere haben das schon benutzt und von daher haben wir hier einen Partner uns gesucht, der auch Erfahrung in dem Punkt hat und das ist uns ganz wichtig, weil auch wenn jemand in einem normalen Wahllokal abstimmt, hat er weder eine Kamera hinten dran, um zu sehen, wie man sich entscheidet, noch ist dann, wenn der Wahlumschlag in der Urne ist, nochmal zurückverfolgen, wie jemand abgestimmt ist und das ist obere Gebot und dafür lebt wir, kämpfen wir. Das hat auch was mit Demokratie zu tun und das ist sichergestellt in jedem Fall.